Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 4539 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Der Anteil der Frauen in der Töpferei hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Heute sind es über 50 Prozent. Der Anteil der Frauen in der Töpferei hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Heute sind es über 50 Prozent. Der Anteil der Frauen in der Töpferei hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Heute sind es über 50 Prozent. Wir müssen uns auf unsere Arbeit konzentrieren, sonst werden wir heute nicht fertig. Wir müssen uns auf unsere Arbeit konzentrieren, sonst werden wir heute nicht fertig. Trotz Schwangerschaft arbeite ich gerne weiter im Büro. Trotz Schwangerschaft arbeite ich gerne weiter im Büro. Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-to-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find-Find- Magst du Erdbeeren? Ich habe dir ein Erdbeereis mitgebracht. Wie kommst du in der Schule voran? Wie sind deine Noten in Mathematik? Zu gepflegten Händen gehören für viele Frauen auch lackierte Nägel. Wir verwenden seit Jahren kein Plastikgeschirr mehr in unserer Küche. Wir verwenden seit Jahren kein Plastikgeschirr mehr in unserer Küche. Nicht nur beim Sport ist es wichtig, immer genügend Wasser zu trinken. Die Werte stimmen nicht überein. Was ist die Ursache für den Fehler? Die Werte stimmen nicht überein. Was ist die Ursache für den Fehler? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.